Moin und herzlich willkommen zum neuen Farmvlog, ja wir tun heute bei mir mischstreuen und danach noch beim kolleg, da steht IHT mit dem mischstreuer, hier ist der kolleg gerade am laden mit dem GT, ja so läuft das hier Wir sind Farmers, Farmers, we 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Farmers, we, we are farmers, farmers, we, we are farmers, farmers, we, are you ready? Are you ready for the farmers? Farmers are we. Amar. Faster than a boat. Faster than lightning. We are the farmers. We gathered here today to watch the farmers play. Oh, either home or away. We're cheering them to victory. Yeah. That's right. Yeah. 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 Okay. Yeah. They're writing on the floor. Yeah. ja johann, komm mal herren voll der war näsi gegen Gewicht muss Atem fehlen muss man immer dabei haben Naja Die Bauten sind hinten da. Die Bauten sind hinten da. Einmal Nein, nein, das ist ja jetzt so. Ja, das ist ja nicht so. Weißt du, wo ich da bin? Ich mach noch ein paar Kompfeln bei euch. Ich krieg dir noch beide ab. Ne, oder? Ne? Ne, ne. Ja, der liegt im Bahnloge. Ja. Vier Teller. Arbeitsbreite knapp zwei Meter. Sepp, wie lang fahren wir dann bei dir? Nicht lang. Vielleicht so eine Stunde oder drei. Das geht ja. Vielleicht so eine Stunde oder drei. Oder natschig, ich mal gucke. Das soll ich ja mir erzählen. Also war die Frage ziemlich dämlich. Ja. Kettenöl. Alles auf dem Traktor. Die heißt nämlich... Hier sehen Sie die optimale Instandhaltung eines Mischstreuers. Ach, schon Video an. Das kommt drin, ne? Das kommt alles drin. Bauma Ketten... Ne, Liquid Moly Kettenöl. Die läuft noch 50 Uhr. Die machen aber nicht so wie in deinem Mofa. Jo. So. Halt. Hey, alles. Schmeiß drauf. Das kommt ein Stück. Moritz, Ehrenmann. Ehrenmann. So. So. Oh no. So. 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 Now I can. She可能. Nigga. So. 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 In der Poste so der kollege zum obladen wir sind jetzt um grumpernschick fertig bei mir jetzt freuen wir beim kollegen auf der hafer stoppen die ganz anderen rufen vielen dank an die kollegen die die ganze zeit gefilmt haben genau das läuft da fahren wir nachher noch drunter krummern in der neuen düngeverordnung genau ich werde mich aber später am abend der iac steht hier ist ich weiß ob man das sieht eingesaut bis zum geht nämlich übrigens hier neue abdeckung genau ich wollte jetzt nur kurz sondert hier video endet jetzt an der stelle morgen fahr ich noch ein paar ballen zusammen für ein kollege da nehme ich euch mit und fahr mein stück flügen deswegen mache ich jetzt ein zweuteiler daraus beziehungsweise mache ich den flock jetzt zu ende und morgen geht es dann nahtlos weiter das wollte ich euch nur sorgen dass da mein weitergehen jetzt der flock jetzt zu ende ist vielen dank für zuschauen vielen dank an meine kollegen die heute sehr tatkräftig gefilmt haben weil ich da konzentrieren konzentriert war da geht er weiter ich mache mich jetzt ein bisschen anschneiden genau und dann wünsche ich euch einen schönen abend haut rein